Jetzt ist Frames fast Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen Rapture Masken war 1959 Ja Ich denke mal, ich werde auch demnächst einen Cut machen Weil ich möchte auch sehen, wie groß ungefähr die Videos jetzt werden Vorsicht, die Sicherheitskameras gehören Lamp Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein Was? Wer ist da? Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots bei Feindkontakt Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert ihr freundlicher Alarm länger Braucht man das nicht so direkt Finde ich Du hast da was, ich will dir das nur abhauen So, ähm Hallo Sicherheitsbot Und ich habe genau das gleiche Problem wie beim Wir sind nur die Steine, die den Weg bereiten Aha, gut Ähm Ah, Verbandskasten, sehr schön Ich habe bis jetzt auch keinen Kaufautomaten gesehen Vater, ich bin es Eleanor Ich weiß, du bist wach da drin Ich spüre es Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben Nie mehr Dieses Plasmid ist für dich Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden Bitte, komm mich suchen Ja, anscheinend, äh Komm zu deinen Feinden Komm so schnell, du kannst noch finden Also Warpost Telekinese Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf Und wirf es auf deine Gegner Was muss man sonst noch wissen Na, auch wieder diese kleinen Videos Also es ist genau dasselbe wie das Videos wie, ähm Wie damals im ersten Teil Die Frage ist jetzt bloß Kann man die Plasmide irgendwie wechseln Ach so Mit Q geht das Sehr gut Höchstwahrscheinlich Kann man dann mit E dann auf die anderen Seite rum wechseln Oder? Ne Mit Y Ich denke aber mal Telekinese brauche ich demnächst Wie kennt denn die Boing Ui BAMS Auf BAMS BAMS Was? Noch mehr? So Jetzt aber Sonst Da ist es Ruhe im Karton Ich glaube ich sollte vielleicht Dings mal machen Kann ich vielleicht irgendwie Plasmide auch aufladen Oder geht das nicht Na egal Wo ist das Geld Warte Da ist es ja EVE Spender So So Dann würde ich mir nochmal Ne EVE Spritze holen kann Und dann würde ich langsam aber sicher mal sagen Hören wir uns noch das Tagebuch an Und dann würde ich auch sagen Was wir mit Kapp machen Diese Menschen Sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wundertroge namens Adam Ich habe das Wort Splicer gelesen Auf Wände geschmiert wie eine Warnung Einer von denen Trieb mich in die Enge Und Himmel sein Gesicht Ich hatte eine Waffe Aber ich zögerte Und dann Dann hörten wir plötzlich beide diesen Diesen Singsang Wie aus dem Nichts Und er ist abgehauen Als wäre der Teufel hinter ihm her Es hörte sich an wie ein Kind Ein kleines Mädchen Cindy ist am Leben Das spüre ich einfach Ja Cindy ist anscheinend wohl immer noch am Leben Wie es weiter geht Ob wir überhaupt Eleanor finden Ob wir Sophia Lamp finden Oder ob wir Überhaupt Die gute Tenenbaum finden Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Aufnahmesession Von Let's Play Bioshock 2 Also bis zum nächsten Let's Play Part Blattdrex FB Mein Let's Talk So willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2 Ich hoffe Ja Es funktioniert jetzt auch wieder Ähm Mal eben hier so ein bisschen was machen Ähm Das letzte Mal Okay Nett Kommt ja ganz viel raus Dankeschön Nein Ähm Das letzte Mal haben Wir Hier Ein bisschen was im Rapture rum geforscht Ähm In der Cafeterie war ich glaube ich noch gar nicht Und ich hab auch vor jetzt ein bisschen mehr auf die Ähm Plasmide auch zu gehen Also ein bisschen mehr auf Plasmidkämpfe Weil im ersten Tag habe ich doch ziemlich wenig mit denen gekämpft finde ich Aber das Denke ich mal Könnt ihr dann erzählen wenn ich dann So weit bin Weiß ist nicht schwarz Dr. Lärm Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold Sehen sie sich um Rapture ist kein Wunder Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik Unmöglich wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist Und doch Für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen Oder der Phantomschmerz amputierte Gliedmaßen Für den Einzelnen sind sie vollkommen real Realität ist Konsens Und die Menschen verlieren ihren Glauben Gehen sie mal spazieren Andrew Es regnet in Rapture Und sie haben einfach beschlossen es nicht zu bemerken So Ich hatte In den vorherigen Patzen Leichte Probleme damit Sachen aus den Dings zu holen Übrigens das hier wusste ich schon vorher Also es ist nur so ein bisschen gewesen Weil ich konnte hier aus den Leichten konnte ich nämlich nicht Die Sachen rausholen Das hat mich dann so ein bisschen genervt Und dabei bin ich aus Versehen auch auf die Aufnehmtaste dann auch gekommen Bei der zweiten Aufnahme Und erst bei der zweiten Aufnahme Habe ich das hier gesehen Aber trotzdem weiß ich nicht weiter Ähm So Da 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 sehe ich hin Da ist Munition Da auch Nee das ist nicht glaube ich die Die Ja Sophia Lamp hat die Splicer auf dich Die meisten Dick Daddies sind wie Sklaven für sie Sie bewachen die Kleinen Aber dich Hat jemand aufgeweckt Hm Ah ja Ich verstehe schon Nee So Damit ist doch wieder die Tür offen Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta Um dich selbst zu retten willst du zu ihr Aber Eleanor hat eine Bestimmung Und du kommst darin nicht vor Im Paradies ist kein Platz für dich Wie machst du das mit Telekinesen Oder warum Machst du das immer so In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken Depressionen Panikattacken Sexuelle Störungen Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese Das Ironische ist Genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts Denk immer daran Eleanor Man muss die Bestie kennen Bevor man sie töten kann Ja Bei den letzten Aufnahmen habe ich übrigens auch gemerkt Dass man Wenn man ganz kurz nur auf die Linke Maustaste drückt Dass er dann auch so nahe Kampf macht Finde ich ganz nett eigentlich Ja das macht er natürlich auch bei anderen Sachen Nutzen wir ein bisschen den Bohrer So die nächste Sache muss glaube ich ein bisschen gebohrt werden Habe ich gehört So ein Verkaufsautomaten Wecken Und zack Ups Hüpp Nee Was muss ich das denn jetzt machen Hä Achso nur noch mit B Gut ok Ja Also das mit den Hecken finde ich eigentlich Gar nicht mal so schlecht Finde ich Muss ich sagen Mal so ein paar Verbandskistlein Könnte ich schon kaufen Oh Kinderspielzeug Hallo Big Sister Big Sister B A B B B B B B B B Bämts! Niiiih! Aua! Bämts! 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 So! Das geht aber! Aber Das hat mich zwar jetzt ziemlich Energie gekostet, aber naja Apropos Energie Ich hab jetzt irgendwie Ich hab jetzt auch so einen Vollbildmodus irgendwie fragt mich nicht warum also ich benutze jetzt den ganzen Bildschirm und auf einmal hab ich mehr FPS fragt nicht warum Oh mein Bohrer ist doch fast leer Dann wechsle ich mal um auf die Nietenpistole So Da muss ich eigentlich jetzt hin, aber ich aus I W